Ich war beschäftigt, aber null erfüllt. Und das ist richtig cooles Storytelling an dieser Stelle. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Robert Heinecke und heute wird es richtig spannend. Und zwar schauen wir uns an, wie du Sachen auf LinkedIn charmant promoten kannst über dein Content. Das bedeutet, wenn du es schaffen willst, dass Leute zum Beispiel bei einem Webinar teilnehmen von dir, wenn du es willst, dass sie einen Blogartikel von dir durchlesen, du sie auf deine Webseite bringen willst, du zum Beispiel eine Podcast-Folge hast, die sich die Leute anhören oder sogar eine Anfrage stellen bei dir und sich melden mit einer Idee für einen Terminvorschlag und sagen, hey, lass uns vielleicht mal austauschen. Und das ist alles möglich, über LinkedIn und auch über den eigenen Content das sehr charmant zu machen. Und ich dachte mir, ich such dir mal drei coole Beispiele raus, wo wir und Kunden von uns das sehr charmant gelöst haben, wie man das Ganze machen kann. Und tatsächlich, alle drei Beispiele, die ich dir gleich zeigen werde, haben immer damit angefangen, was ist eigentlich das Ziel. Und das beste Beispiel, und ich würde sagen, dass wir direkt reinspringen, ist David, der hier an dieser Stelle sein Live-Training bewerben wollte. Das bedeutet, du siehst erstmal Post, am Ende noch nichts zu erkennen, dass es ohne ein Live-Training irgendwie geht. Also es bedeutet, cooles Bild, charmantes Bild, sympathisches Bild, dass erstmal die Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist auch der natürliche Fluss, wenn Leute durch den Feed scrollen, dass es immer erstmal, man bleibt beim Bild hängen. Dann springt man hier oben zur Headline, also zur Überschrift. Und das weckt ein bisschen Neugierde bei David. Hat er sehr gut gemacht. Die Highlights damals waren meine Kaffeepausen. Und jetzt fragt man sich natürlich, damals und die Kaffeepausen waren Highlights? Okay, spring jetzt rein auf mehr Anzeigen. Und jetzt kommt es, dabei hatte sich der Job als Business-Developer damals mega cool angehört. Junge und internationale Kollegen, People-Business, lockerer Umgang. Ich hatte sogar einen coolen Chef. Und trotzdem, aus der anfänglichen Euphorie ist ganz schnell Ernüchterung geworden. Die Firma war chaotisch. Mein Tag war gespickt mit Telefonaten, PowerPoint-Slides und dem Verfassen unsinniger E-Mails. Ich war beschäftigt, aber null erfüllt. Und das ist richtig cooles Storytelling an dieser Stelle. Zum einen sozusagen beschreibt er sehr gut seine hohen Erwartungen an diesen Job, das eigentlich perfekt sein müsste. Und jetzt mit diesen konkreten Beispielen, mit diesem, jeder kennt diese PowerPoint-Schlachten, jeder kennt diese Telefonate, diese Meetings, unsinnige E-Mails, jeder kennt das. Und dann diese Überleitung jetzt, damals war ich mit meiner Frustration völlig überfordert. Darf ich mich überhaupt so fühlen? Warum bin ich nicht glücklicher? Ist das jetzt ein Erwachsenenleben? Aber die Frage, die mich nachts wachgehalten hat, war eine andere. Wenn der Job nicht ist, wo gehöre ich dann hin? Und was erfüllt mich wirklich? Falls es dir manchmal ähnlich geht, du bist nicht allein. Fast alle von uns strugglen mit der Zukunftsplanung. Und jetzt kommt sozusagen die Überleitung zu seinem Training. Heute nach Feierabend halte ich ein kostenloses Live-Training, in dem ich dir verrate, wie du einen Job findest, der dich wirklich erfüllt. Wir starten um 18.30 Uhr. Verpasst es nicht. Linkt im Kommentar. Unglaublich guter Post meiner Meinung an dieser Stelle. Also großes Kompliment an David. Denn tatsächlich hätte natürlich der Klassiker wäre so gewesen, Live-Training heute Abend um 18.30 Uhr. Keiner hätte es sich durchgelesen. Aber er hat es geschafft, durch ein cooles Bild, durch ein sympathisches Bild, die Aufmerksamkeit der Leute im Feed zu bekommen. Er hat es hinbekommen, durch die Überschrift die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Er erklärt eine super Story, wo sich super viele Leute mit identifizieren können. Als ich damals in der Unternehmensberatung war, nach zwei, zweieinhalb Jahren habe ich mich genauso gefühlt. Ich hätte mich sofort angemeldet und insofern super auf den Punkt getroffen. Und David saß wahrscheinlich auch davor. Hey, er hält heute dieses Training. Wie schafft er irgendwie einen coolen Post, um da heute nochmal Anmeldungen zu bekommen? Und das, was du sicherlich schon von uns ein paar Mal gehört hast, immer den Link in die Kommentare packen. Weil wie gesagt, Plattformen wie LinkedIn es nicht mögen, wenn man Leute wegbringt auf andere Plattformen. Weil sie natürlich wollen, dass du in der LinkedIn-Plattform bleibst. Und krasse Resonanz, da spricht, dass es echt ein guter Post war. Ein paar Kommentare, die da aber nicht so entscheidend waren. Aber ich glaube mal wirklich, der wird locker 3.000, 4.000 Ansichten gehabt haben bei den Reaktionen. Und ich will nicht wissen, bestimmt 30, 40, 50 Anmeldungen gebracht haben. Alleine ein Post. Super charmante Logik. Nächstes Beispiel, was ich dir mitgebracht habe, schon ein bisschen spannender meiner Meinung nach, ist von Nils, der sich überlegt hat, wie kriegt er neue Anfragen für die Zusammenarbeit mit uns beziehungsweise Termine für Telefonate. Was er gemacht hat, cool ist, er hat sich einfach eine neue LinkedIn-Empfehlung geschnappt, die er bekommen hat von einer unserer Kundinnen, von Sabine, und hat die als Aufhänger genommen. Und hat die meiner Meinung nach auch sehr cool hier dargestellt. Warum gelb? Weil es einfach raussticht. Es kriegt sofort die Aufmerksamkeit, auch hier. Das kriegt direkt die Aufmerksamkeit. Und er hat sich ein cooles Zitat daraus rausgeschnappt. Statt eines fahlen Beigeschmacks macht Vertrieb jetzt Spaß und fühlt sich gar nicht danach an. Aufmerksamkeit, die Leute klappen aus. Sabine ist erst im November mit der Zusammenarbeit gestartet und musste im Januar schon etwas lockerer machen, weil sie keine Aufträge mehr annehmen konnte. Ja, klingt verrückt? Ist es auch. Sabine, vielen Dank dir für die tolle Empfehlung. Möchtest mehr über eine Zusammenarbeit mit uns erfahren? Weitere Infos in den Kommentaren. Ich hoffe, dass wir demnächst ein erstfühliges Interview mit Sabine nachliefern können. Welche Fragen hättest du an Sabine? Und auch hier super gute Reaktion, weil die Leute das natürlich feiern, wenn es glückliche Kunden gibt. Und hier verweist er am Ende wirklich auf Terminbuchungen und auf unsere Internetseite. Und ich will nicht wissen, ich habe es nicht genau getrackt, aber ich könnte wirklich im System nachgucken, als er das vor zwei Tagen gepostet hat. Ich wette, mit dir daraus sind drei bis fünf Termine entstanden von Leuten, die mehr darüber erfahren wollen, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussieht. Und zum einen fördert das, glaube ich, auch dich einen Ansporn zu sagen, hey, ich versuche hier Empfehlungen einzusammeln und das sind nichts anderes als Testimonials auf der LinkedIn-Plattform. Und zum anderen ist so Material wirklich Gold, um neue Interessenten anzuziehen und darüber Termine zu vereinbaren. Und das ist extrem cool zu sehen an dem Ganzen. Und meiner Meinung nach hat das Nils extrem charmant hier gelöst. Ein drittes Beispiel von mir, was ich mitgebracht habe, und zwar haben wir ein YouTube-Video veröffentlicht zu dem Thema Content-Marketing. Und ich will natürlich, dass mehr Leute und das Duo weiter unsere YouTube-Videos anguckst. Und ich wollte natürlich auch Leute bei LinkedIn jetzt ein bisschen mehr begeistern, bei unserem LinkedIn-Content reinzuschauen. Was habe ich also gemacht? Ich habe mich auch relativ der Logik von David genutzt und überlegt, hey, wie kriege ich dieses Video verkauft? Weil am Ende ist es so, auch das Angucken von dem Video, dieses Zeit investieren, was Leute machen, musst du Menschen verkaufen. Das bedeutet, was habe ich gemacht? Ich habe auch ein Bild rausgesucht. Es geht so ein bisschen um die Diskussion mit Nils. Auch in dem Video diskutieren Nils und ich. Insofern habe ich ein Bild irgendwie rausgesucht, was passt. Ich würde sagen, es ist nicht der Eyecatcher Nummer 1, dieses Bild. Aber es ist so, ich bremse mal irgendwie im Feed. Und dann siehst du die Überschrift. Meiner Meinung nach etwas provokanter. Content-Marketing verkauft nicht. Das ist erstmal so steile These. Gucken wir mal, was Robert so zu erzählen hat. Und dann wirklich eine kleine Geschichte, die uns passiert ist. Im letzten Live-Training hat uns ein Teilnehmer eiskalt erwischt. Jungs, es ist ja cool, was ihr da macht. Aber das ist kein Social Selling, das ist Content-Marketing. Nils und ich waren für ein paar Millisekunden sprachlos. Im Live-Training konnten wir den Unterschied aus unserer Sicht zwischen Content-Marketing und Social Selling dem Teilnehmer doch noch ganz gut erklären. Trotzdem beschäftigte uns der Gedanke weiterhin, ist es vielleicht doch Content-Marketing, was wir machen? Die Frage wollte uns nicht loslassen und wir wollten es endlich final klären. Wir haben uns eingeschlossen und sind mit einem neuen Video zurückgekommen. Link zum Video findest du in den Kommentaren. Hier hätte ich eigentlich schon aufhören können. Also das wäre sozusagen der Teaser für das Video gewesen, dass die Leute rübergehen. Was ich aber beobachtet habe, ist, dass ganz viele Leute auch vielleicht wirklich, ich will nicht sagen, auf Toilette sitzen und diesen Beitrag lesen und trotzdem irgendwie einen Mehrwert haben wollen, weil sie vielleicht nicht gerade mit Ton das Video sich anschauen können. Deshalb habe ich jetzt immer dahinter noch eine kleine Zusammenfassung gepackt, was eigentlich der Hauptpunkt im Video ist. Für alle Neugierigen, ja, wir machen auch Content-Marketing, denn es ist aus unserer Sicht die beste Möglichkeit, um Vertrauen zu Interessenten aufzubauen. Jedoch ist Content-Marketing nur ein kleiner Baustein von Social Selling, denn am Ende gehört deutlich mehr als nur Content dazu, um jemanden für sein Angebot zu begeistern. Nutzt du bereits Content für dich? Ja, und das hat den Zahlen keinen Abbruch getan. Du siehst es hier, der hat fast 6500 Aufrufe, 35 Kommentare, 94 Reaktionen darauf, was mich extrem gefreut hat. Was aber viel wichtiger ist, dass da super viele Leute rübergeschwappt sind am Ende zu YouTube, die sich das Video angeguckt haben. Also wenn man hier in der Reihe sieht, ist wirklich das Video mit 500 Aufrufen nach einem Tag das Beste, was wir bereits geschafft haben. Und wirklich auch hinsichtlich Kommentaren haben wir hier über 24 Kommentare, hatten wir noch nie. Auch 40 Likes hatten wir noch nie. Und das zeigt mir einfach, wie viele Leute da jetzt rübergeschwappt sind. Und das ist eigentlich auch schon meiner Meinung nach so die Zusammenfassung aus dem, was ich gelernt habe bei diesem Post, dass man sich im ersten Schritt immer überlegen sollte, hey, was will ich eigentlich erreichen? Und sei es nur, dass die Leute sich eine Podcast-Folge von dir anhören, dass sie sich deine Webseite angucken, dass sie vielleicht einen Termin mit dir vereinbaren sollen, dass du jedes Mal ein Stück weit in deinen Post diese Idee verkaufen musst. Also um das wirklich zusammenzufassen, bestenfalls wirklich im Bild die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Du hast in drei Fällen wirklich ein Bild gesehen, was die Leute erstmal zum Stoppen im Feed führt. Dann eine Überschrift, die Neugierde weckt. In allen drei Fällen super wichtig gewesen. Dann bei Zweien war es wirklich eine kurze Story. Bei Nils war es eher so eine grobe Zusammenfassung. Und dann der Pitch auf das, was die Leute im nächsten Schritt machen sollen. Und das funktioniert einfach unglaublich gut. Wenn du da in die Tiefe einsteigen willst, dann schau dir gerne die Aufzeichnung von unserem letzten LinkedIn-Live-Training an. Wenn du Lust hast, dir unsere besten Tools zu sichern, dann schau dir gerne unseren LinkedIn-Accelerator an. Findest du auch unten in der Beschreibung. Und dann bitte nicht vergessen, diesem Video ein Like zu geben, was mich unglaublich freuen würde, um den YouTube-Algorithmus anzukurbeln. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.